Schüsse im polnischen Grenzgebiet. 17.000 Soldaten werden mobilisiert. Die polnische Armee, sie rückt jetzt aus. Es spitzt sich langsam die Lage zu an der Grenze zu Belarus. Es geht mal wieder um die Migrantenströme. Inzwischen wird aber sogar geschossen an der Grenze. Ich habe exklusives Bildmaterial für euch dabei. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Dass die Situation an der Grenze von Belarus und Polen kritisch ist, das wissen wir. Wir kennen auch die Berichte, dass Migranten gezielt eingeflogen werden. Nach Weißrussland, wie ich immer sage, statt Belarus. Mir hat jemand letztens kommentiert, dass das einfach das Gleiche ist, nur in einer anderen Sprache. Danke für diesen Hinweis. Es werden hier Asylsuchende eingeflogen, die dann an die polnische Grenze herangeführt werden. Und die polnische Grenze, die ist im Grenzgebiet zu Belarus eine kleine Festung. Also da ist richtiger Zaun, da sind Patrouillenwege, da wird wirklich die Grenze beschützt. Aktuell sind schon 8.000 Soldaten vor Ort. Jetzt spitzt sich die Situation allerdings zu, dass immer mehr Migrantengruppen wieder nach vorne gebracht werden, an die Grenze. Zeitgleich finden im Moment Militärübungen statt. Das chinesische Militär ist mit mehreren tausend Soldaten in Weißrussland. Ja, chinesische Soldaten sind wenigere 100 Kilometer von Berlin entfernt und machen Truppenübungen. Aber das ist das gleiche Gefühl, wie wenn Frau Baerbock eine Fregatte durch die Straße von Taiwan schickt. Deswegen, man kann sich darüber beschweren. Ich finde das auch alles andere als gut. Aber man muss mit dem gleichen Maß messen. Wir üben auch an der NATO-Ostflanke mit zigtausenden Soldaten. Deswegen müssen wir das ertragen, auch wenn es uns nicht gefällt. Allerdings sind die Polen so drauf. Ich kann euch hier nur das Standbild zeigen und einen kleinen Ausschnitt der Tonspur. Wenn ihr das alles sehen wollt, müsst ihr unbedingt in meinen Telegram-Kanal kommen oder schaut auf X vorbei. Da bin ich jetzt ganz neu, denn dort wird nicht zensiert. Hier auf YouTube darf ich diese Szene nicht bringen. Deswegen auf Telegram oder auf X könnt ihr euch das anschauen. Und wenn ihr euch das angeschaut habt, dann seht ihr, dass die Polen mit Herz und Seele dabei sind. Und dass sie wirklich hier Verteidigung für Europa machen. Sie verteidigen uns alle und dafür gilt es, den Dank an die Polen auszusprechen. Ja, sie fordern immer noch Geld von uns, aber das ist die Regierung. Ich rede hier von den Soldaten, die die Grenze beschützen, die Außengrenze der EU. Sie schützen sie nicht vor einem militärischen Aggressor, sondern sie schützen sie so, wie es nach den europäischen Verträgen geboten wäre. Und jetzt werden weitere 9.000 Soldaten innerhalb von 48 Stunden eben an die Grenze verlegt, weil die Situation sich zuspitzt. Ich bin gespannt, es wird hier wahrscheinlich keine einzige Meldung geben in den Medien. Die Qualitätspresse, sie blendet das wieder aus. Sie bringen dann lieber gemeinsame Rüstungsprojekte von Polen und Deutschland nach vorne. Dabei ist das, was in Polen passiert, wichtig zu beobachten. Die Polen können die Grenze schützen. Dann kommt die Ukraine und dann kommen die Balkanländer und dann kommt auch Ungarn. Es ist wichtig, dass wir diesen Außengrenzschutz jetzt endlich mal durchziehen. Aber das werden sie wieder nicht tun. Ich kann es mir kaum vorstellen. Ich bin nur gespannt, wie die Situation jetzt in Polen eskaliert. Vor allem bin ich gespannt, ob es irgendwann demnächst dann auch Tote gibt, wenn sie schon schießen müssen aktuell mit Warnschüssen. Und wie dann die Situation wieder ins Negative verkehrt wird, dann sind wieder die Polen schuld, weil sie nicht jeden, der sofort Asyl sagt, ins Land lassen. Ich vermute, da wird dann wieder irgendeine Story gedreht. Aber dort werden Migranten herangeflogen mit Flugzeugen an die Grenze herangeführt von der Regierung aus Belarus, vermutlich mit Unterstützung aus Russland. Denn Russland möchte, dass der Migrantenstrom nach Europa weiter konstant bleibt beziehungsweise weiter aufwächst. Diese Destabilisierung ist im Sinne Russlands. Da kann man Putin mögen oder nicht. Es ist Fakt, dass die Destabilisierung Europas durch Migranten im Interesse Russlands ist. Denn dann gehen wir uns hier alle gegenseitig an die Gurgel. Wir missbilligen unsere eigene Regierung. Die Regierung, die im Moment ja die Ukraine unterstützen möchte. Das ist Zersetzung. Das ist hybride Kriegsführung. Könnt ihr abstreiten, wenn ihr das nicht hören wollt. Okay, aber das ist Fakt. Das ist wirklich Fakt. Diese Migrationsströme, das sind Waffen. Die NGOs, sie bedienen sie zum Beispiel auf den Kanaren und sonst wo. Aber hier kommt es aus allen Richtungen. Und die Polen, sie müssen standhaft bleiben. Wir müssen aber allerdings überall standhaft bleiben. Die Europäische Union, sie kann auch einfach den Asylnotstand ausrufen, so wie es die Niederlande gemacht haben, beziehungsweise im Moment in Vorbereitung ist. Aber ich bin gespannt, welchen Hinterzimmerdeal Ursula von der Leyen am Ende machen muss oder gemacht hat mit den Grünen, damit sie nächste Woche genug Stimmen hat. Ich bin auch gespannt, ob es den Frontex-Soldaten geben wird, die die Polen jetzt hier endlich mal unterstützen an der Grenze. Oder ob das jetzt wieder hier nur von mir hervorgehoben wird, hervorgebracht wird. Und niemand wird darüber berichten. Man wartet dann eher, bis Blut vergossen wird an der Grenze, um es dann den Polen in die Schuhe zu schieben. Ich habe vollen Respekt vor den polnischen Grenzschützern. Ich bedanke mich bei jedem. Ihr verteidigt Europa. Ihr verteidigt Werte. Und das ist gut so. Jeder, der das anders sieht, der muss sich eingestehen, wenn wir jeden hereinlassen, bunt und vielfältig sind, dann geht dadurch die innere Sicherheit verloren. Man kann nicht alles haben. Man kann nicht bunt, vielfältig und weltoffen sein und dann erwarten, dass keine Menschen zu uns kommen, die sich auch daneben benehmen. Vor allem, wenn die Kulturkreise so unterschiedlich sind, wie es im Moment der Fall ist bei den Zahlen, die zu uns kommen. Ihr seht ja, wie kriminell die Ukrainer sind, die zu uns kommen, im Vergleich zu allen anderen. Da möge mal einer sagen, kulturelle Prägung macht keinen Unterschied. Ja, da war es Olaf Scholz, der gesagt hat, es gebe auf dieser Welt keine Kultur, die so geprägt ist, dass Gewalt an Frauen akzeptiert ist. Damit hat er gelogen. Er hat sogar die eigene Position der Bundesregierung über den Haufen geworfen. Aber die Bundesregierung, sie hat jetzt eine 17-jährige Iranerin vom Berliner Flughafen abgeschoben in den Iran, der dort die Todesstrafe droht. Eine unbescholtene Iranerin, die hier Asyl wollte, wurde abgeschoben. Und jeder afghanische und syrische Straftäter darf hierbleiben. Da merkt man mal, wie begott sie sind und wie sie unsere Frauen verachten und auch alle anderen Frauen. Es geht ihnen gar nicht um die Frauenrechte. Es geht ihnen einfach darum, an der Macht zu sein, Macht auszuüben, egal wer am Ende über die Klinge springen muss. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere den Kanal, abonniere Telegram und jetzt ganz neu, abonniere auch X, um Elon Musk zu unterstützen in seinem Kampf gegen die Europäische Kommission und gegen die Zensur. Damit ciao, bis bald.